türkisch airlines schlägt der lufthansa ein schnippchen oder wie man so schön sagt weil sie kaufen die schnäppchen von airbus des weiteren gibt es neuigkeiten aus rom und zwar vom flughafen man möchte msc lufthansa haben dass sie sich ja bei alitalia oder ita wie auch immer die budi jetzt heißen mag vielleicht kommt der markenname wieder beteiligen und als drittes thema ihg one rewards so heißt das ich habe mich an den neuen namen noch nicht gewöhnt aber man verschenkt den platin status und bietet sogar eine diamond challenge mein name ist las korsen ich bin hier um euch mehr meilen mehr punkte und vor allem mehr status zu bringen heute in einer folge nach dem stammtisch wir haben kurz nach 10 wir haben jetzt punkt 10 uhr stammtisch war sehr schön wir haben draußen gesessen die 30 grad in berlin genossen und ihr dürft natürlich unten kommentieren ein like da lassen und ganz ganz wichtig abonniert den kanal und vergesst nicht die glocke an zu machen kommentieren mit beiden händen natürlich kann ich nur vergessen ja was soll ich noch sagen stammtisch übermorgen in münchen im anhofstraße heißt es ich bin aufgeklärt worden anhofstraße ist die adresse und dann haben wir am frankfurt im am flughafen im hyatt place wie immer unseren stammtisch am sonntag also herzlich eingeladen würde mich freuen wenn ihr kommt das erste thema fangen wir einfach an mit einem leichten thema das ist der flughafen rom der flughafen rom wünscht sich die lufthansa mit der msc dass sie die ita übernehmen warum sage ich immer alitalia warum weiß für mich immer noch die alitalia ist und man ja auch den markennamen hat also insofern alitalia da auch mal drauf schreiben könnte irgendwann und zwar im endspurt auf die ita unterstützt der flughafen rom und zwar ist das am marco trancone klingt irgendwie so wie so ein regisseur oder sowas auf jeden fall der sagt im interview mit dem handelsblatt dass man klar für die ita übernahme durch die msc lufthansa ist als gründung als begründung ist es einfach natürlich so dass der flughafen fiumicino darauf hofft auf lufthansa weil lufthansa ja gesagt hat man würde rom zu einem weiteren lufthansa drehkreuz aufbauen ausbauen und das ist natürlich eine zusage wo man nur in rom sagt hey hallo wir sind ja da würden die anderen das auch sagen würden die auch unterstützen ich meine die würde ja auch unterstützen insofern wichtige sache dann geht es weiter dass man sich natürlich mit einem drehkreuz modell bei lufthansa sehr sehr gut auskennt wir sehen das ja bei der swiss mit zürich bisschen genf dann natürlich bei der austrian in wien und logischerweise auch bei der brussels in brussel was ist eure meinung wäre das eine gute idee dass man in rom ein drehkreuz macht für südostasien für nord und südamerika fände ich spannend also ich fände südamerika spannend warum ganz einfach weil da natürlich die spanier stark sind mit der iberia lufthansa schwächelt da so ein bisschen das wäre halt ein thema wo ich sagen würde daumen hoch ihr kommentiert unten jetzt einfach in der kürze der folge machen wir auch nur drei themen deshalb sind wir auch schon beim zweiten thema das zweite thema ist dass türkisch airlines ein schnippchen dem lufthansa's lufthansa schnäppchen gemacht hat schwierige wort war auf jeden fall ist es so diese 350 900er die waren ja fertig montiert sind fertig lackiert haben ja sogar auch die sitze innen drin von aeroflot also das heißt das flugzeug ist fertig gewesen zur übernahme was aber durch die sanktionen nicht geht jetzt ist es aber so dass die türkisch diese flugzeuge auch weiter betreiben möchte mit den sitzen von aeroflot jetzt sagt man natürlich hat das haben die der lufthansa weggeschnappt ich weiß aber nicht ob die lufthansa wirklich das interesse an den flugzeugen hatte mit den sitzen warum ganz einfach deshalb die lufthansa hat ja die philippine ersatz maschinen dann hätten sie dann noch so zwei aeroflott maschinen mit aeroflott drin die hätte man dann auch auf lufthansa geswitcht und dann kommt nächstes jahr noch die neue lufthansa business class aus der seite drei business class modelle gegeben mit all ihren vor und nachteilen und das wäre glaube ich nicht im sinne der lufthansa gewesen deshalb glaube ich dass die türkisch da nicht der lufthansa das schnippchen mit dem schnäppchen gemacht hat sondern ich glaube dass lufthansa sich bewusst dazu entschieden hat man hat bei lufthansa immer noch so im gehörgang dass sie wahrscheinlich flugzeuge noch nicht gebaut sind übernimmt also slots für 9 350er 900er und aber auch die kata airways tausender nimmt also die 350 1000 das ist so etwas was man immer noch so hört und da muss man einfach schauen warum ganz einfach lufthansa hat das ja auch gemacht bei den 787 bei den dreamlinern und das deutet darauf hin dass die anderen diese halt auch nicht mehr wollen ich glaube dass die lufthansa ein wichtigerer kunde ist für die airbus als die türkisch das nur so am rande aber auf der anderen seite logischerweise man weiß es nicht genau das ist eine vermutung was vermutet ihr schreibt einfach unten in die kommentarspalte rein was ihr denkt ob ihr sagt das macht sinn oder aber habt ihr auch die vermutung die andere hatten die sagen hey die türken haben die aeroflott maschine genommen benutzen die zwischen istanbul und moskau im moment weil da ist ja sonst nicht mehr sehr viel los mit moskau die fliegen ja dann dubai ist so ein drehkreuz doha ist glaube ich auch noch so drehkreuz und dann ist und dann verlassen sie ihn schon draußen auf der straße ist hier in berlin randale im sechsten stock im grand hyatt hört man es wer von euch wusste dass ich im grand hyatt bin kommentiert es unten also um zurückzukommen zum thema aeroflott vielleicht ja ich will es ich bin ja kein verschwörungstheoretiker aber man kann es ja vielleicht mal sagen vielleicht haben die einfach für airbus gekauft für aeroflott gekauft und dann wenn die nachhine man weiß es nicht ich kommentiert unten was er davon halte das letzte thema und das ist etwas was mehr meilen mehr punkte und vor allem auch mehr status bringt ihg one rewards und zwar verschenken ihnen platin status wie kriege ich einen platin status die promo hat einen platin status anscheinend so wenn man so die seite sich anschaut wo man nicht nachweisen muss dass man einen status hat und dann kann man mit fünf nächten innerhalb von 120 tagen den platin bestätigen bis bis märz 20 23 bis ende 20 23 sogar also sehr sehr großzügig anderthalb jahre und dann wenn man 25 wenn man 15 nächte hat bekommt man sogar bis ende 20 23 den diamond status ist das für euch interessant sagt ihr ihg one rewards das ist cool wie sind eure erfahrungen ich persönlich habe mit meinem damen status noch keine übernachtung gemacht ich bin da mal gespannt was da passiert wie das ist man hört ja so durchwachsene sachen dass bei einigen hotels was möglich ist bei anderen nicht ich weiß jetzt gar nicht wie lang die sendung ist ich hoffe sind wir über fünf minuten sechs minuten sieben minuten acht minuten gekommen wenn nicht müssen wir mal schauen also auf jeden fall ganz wichtig danke dass ihr heute dabei war bei frequent traveler tv der takeoff ausgabe aus berlin in einer schnellen nach stammtisch sendung und abonnieren kommentieren glocke an leiten also so ähnlich ist ja wie es ist und ich sag dann einfach mal wieder gute nacht weil ist ja schon spät also bis dann